Dieser wunderschöne Fiesta Trend Sync könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Autohaus Wismann. Der Motor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und elektrisch verstellbaren Spiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erleichtern den Einstieg, besonders hinten. Auf der Rückbank können bequem drei Passagiere Platz nehmen. 15 Zoll Sommerräder mit Zierblenden sehen flott aus. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Die Vordersitze sind auch auf längeren Fahrten bequem. Fußmatten gibt's bei uns dazu. Der Wagen schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum ZD-Radio gehört noch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Besuchen Sie uns doch mal. Das Team von Wismann freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Bis zum ZD-Radio. Bis zum ZD-Radio. Untertitelung des ZDF, 2020